Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Toads Woche und heute mal wieder mit Paket. Ja, jetzt ist es also wieder so, weil eine neue Toads Woche steht vor der Tür und heute gibt es wieder ein Paket zum Auspacken von Marius und Lara. Vielen Dank dafür. Und was da so alles drin ist, das seht ihr jetzt. Ich bin sehr gespannt, weil ich auch diesmal wieder nicht weiß, was drin ist. Ich habe irgendwie gehört, es ist kreativ und es ist Süßigkeiten vielleicht, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und es ist mal ein Paket, was einfach aufzumachen ist. Das ist unglaublich. Ich lege das mal so hin, dass man einigermaßen was sehen kann. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil das ist mein drittes Paket? Keine Ahnung. Okay. Okay. Es ist... Okay. Es ist viel. Es ist viel. Und jetzt müssen wir anfangen mit einem Brief. Ich fange an zu lesen. Hallo Stefan. Wir hatten Lust, dir auch mal Fanpost zu schicken. Wir hoffen, sie gefällt dir. Wir beide lieben deine Videos, vor allem Aortiots. Ah, das ist mit dir, Max. Das ist mit dir. Das ist im Moment unser Lieblingsprojekt. Natürlich gucken wir auch gerne die anderen Videos. Wir schreiben den Brief mit dem Computer, weil unsere Handschrift so gut wie unlesbar ist. Genauso wie diese Schriftart. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben in diesem Projekt... Ne, wir haben in diesem Paket Feuerdrachen, weil du ja einen Feuerdrachen in Aortiots hast. Wir dachten... Äh... Entschuldigung, ich hab was vergessen. Doppelpunkt D. Wir dachten, das wäre eine coole Idee. Doppelpunkt D. Außerdem haben wir Zeichnungen mit reingetan, die dir hoffentlich gefallen. Doppelpunkt Strich, Klammer zu. Außerdem gucken wir gerne deine Livestreams an. Und nochmal vielen Dank dafür, dass du uns beim Quiz mitmachen lassen hast. Es ist sehr viel Spaß gemacht. Doppelpunkt Strich, Klammer zu. Und auch nochmal Danke, dass du unsere Adventure-Map gespielt hast. Es ist eine zweite im Aufbau. Doppelpunkt Klammer zu. Und jetzt haben wir hier ein Papier drin. Etwas Gemaltes. Das... Oh, so rum. So rum, das erkenne ich. Das ist mein... Okay. Ich muss das oben zuhalten, denn da steht noch mein Alter-Name. Ist leider falsch. Müsst ihr mir nochmal schicken. Dann haben wir noch ein Bild drin. Und das ist mein Logo. Das ist so rum. Sehr cool. In viereckig. Diesmal. Fertig. Oder so. Dann haben wir B. Lot B. Einen durchgenudelten SpongeBob, der wahrscheinlich schon circa fünf Jahre alt ist. Gucken wir mal. 2008. Ja. Das ist von McDonald's, oder? Sehr cool. Den hat Marion sogar. Und den hat sie mir gezeigt. Ich wollte den auch haben. Jetzt habe ich den. So, und wir haben jede Menge Chips, Feuerdrachen. Oh, verstehe. Hier ein bisschen Werbung machen. Troll. Äh, Lee natürlich. Jede Menge Trollys. Die kenne ich auch noch nicht. Was hat die denn für komische Bonbons? Gummy Candy. So warm for fun. Ja, vielen Dank für das Paket. Da freue ich mich. Da habe ich jetzt wenigstens was zu essen. Meine Süßigkeiten waren nämlich gerade leer. Äh, vielen Dank. Da... Lass mir bloß die Feuerdrache mit. Vielen Dank für das Paket. Wenn ihr mir Pakete schicken möchtet, der Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns woanders wieder. So, das war es wieder von der heutigen Totswoche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch wunderschöne Ostern. Findet alle eure Eier. Und ich gehe jetzt auch mal meine Eier anmalen. Wir sehen uns also nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.